Yo meine Buros und Brosins und willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess April, April natürlich Leute, dachtet ihr wirklich, dass das überhaupt nicht der Fall ist? Was warst du da? Was zum? Sascha, was tust du da schon wieder? Ich finde das gerade echt nicht in Ordnung. Äh, aber... So, ich übernehme jetzt den Laden hier, das ist jetzt meins. Was zum? Ich bin gerade in der Aufnahme. Okay, ich geh wieder. Nein, äh, was zum? Okay, was, was jetzt? Soll ich hier blicken? Komm her, wer um alles in der Welt bist du hier? Wer bist du? Ja, hallo, ich bin Konstantin. Okay. Ja. Nenn mich Konzo oder Conny, das kannst du dir aussuchen. Alles klar, okay. Ja, ähm, so war's aber auch, das ist Überraschung pur, Alter, das war so unerwartet. Mach das bitte nicht nochmal. Okay, ich mach das nicht von mir. So war's aber auch. Ja, ähm, natürlich, alles was im letzten Part natürlich war, also im letzten Video ist natürlich alles gelogen, ne, 100% gelogen und so. Dieser Typ ist ein Lügenbaron, merkt euch das. Ja, es war ja 1. April, von daher, ne. Aber, äh, ist halt so der Fall gewinnt. Was zum? Also, egal. Okay, gehen wir mal hier weiter, ne. Pustheit. Danke. So, dann müssen wir mal... Moment mal. Hier haben wir doch grad was gesehen. So, hier. Was ist denn da? Schmölz! Guck mal, da war ein Wurm. Was zum? Das ist noch ein Wurm. Das ist ein Feuerwurm. Feuerwurm. Oh, der ist tot. Oh, dann noch einer. Schmölz! Warte mal, das sieht mehr aus wie so ein Bluthegel. Ja, eklig, ne. Wie heißen die Dinger? Oh, weiß ich selber nicht mehr. Hab ich schon vergessen, aber ist mir auch egal. So, hier ist ein Hebel. Ich glaub, wir müssen drauf springen. So, zack. Boah, du bist aber ein Ficker. Sieh mal eine an. Okay. Sehr gut. Ähm, wie ihr ja grad merkt, ne, hab ich einen Special-Gast dabei, ne? Special-Gast. Jo, genau. Und, ähm, ja. So, möchtest du noch etwas über dich selbst erzählen, oder? Ja, also, mein Name ist Konstantin. Ähm, ich, ja, wie soll man das sagen, hab schon längere Zeit so mehr oder weniger Videos auf YouTube gemacht, aber nie irgendwie konsequent genug. So. Während Sascha da alles kaputt macht, erzähl ich jetzt noch ein bisschen was. Ja, das muss ja sein, das halt. Ja, ist schon klar. Ähm, und ich hab jetzt aber irgendwie vor... Ja, keine Sorge. Ja, das war gefährlich. Ja, deine Geschichte war auch gefährlich. Ja, also, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt anfangen, irgendwie konsequenter Videos zu machen. Und der Sascha ein guter Freund von mir ist. Und er hat mich überraschenderweise eingeladen. Ja. Hier mal dabei zu sein. Und, ja, jetzt bin ich hier. Und, ja. Ja. Ist doch schön, wie? Ja, ähm, ähm, in der Videobeschreibung, ähm, werde ich natürlich noch ein Link zu seinem, ähm, Kanal natürlich... Ein Ding? Ja, dein Kanal, ne? Ein Link zu meinem Kanal. Ja, den Link natürlich in der Videobeschreibung, wenn ich ihn zufrieden, ne? In die Videobeschreibung. Genau. Let's go, okay. Ähm, ja, die sehen hier verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Wovon redest du? Achso. Okay. Du sollst, du sollst keine Bomben dafür benutzen, glaub ich. Na aber sicher, wir müssen noch irgendwie weiterkommen. Ja, vielleicht reicht's auch ohne Bomben. Vielleicht einfach nur Pfeil und Probe. Bist du sicher? Zumindest hat das so... Versuch's mal ohne Bomben. Ohne Bomben? Ja. Ohne Bomben. Einfach ohne... Einfach ohne Bomben. Einfach nur mit Pfeilen. Ja genau, einfach nur mit Pfeilen. Okay, oh, warte mal... Jetzt hör mal auf damit... Da wird man dir einmal Hilfe... Aber das wird nichts bringen. Versuch's. Okay. Okay, es bringt nichts. Das haben wir allenfalls verschwendet. Es tut mir leid. Naja, egal, was soll es. So, dann hier. Ach, nicht, stimmt. Ja, so ich hier und dann hier so, komm, die Zack. Boah, du komm, die Burt. So, Zeit. Wir Sachsen. So, okay. Dann lass mal hier runter, so, zack, 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 zack. Hoffentlich, dass nicht das viel Ruhe. Oh, voll getrunken. Warte. So, und dann dein Arschmann. Okay, warte. Ja, komm da. Ha, dachte ich so. Und schweiz, so, voll in den Arsch. So. Ersagdienst. Oh, fassbar, hatte mich voll getroffen. So, ah, was zum Hintergrund ist einer. Moment, Moment, Moment. Wo ist er, wo es er, wo es er, wo es er sei. Na, oh, ich hab so' gefeiert. Und schweiz. So, wow, okay. Okay, dann das mache ich hier hoch, ne? Jo. Ähm, ja. Ähm, ja, und von daher, ne? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt jetzt die ganze Zeit gehört hat. Man hat sich gehört, keine Sorge. Sicher? Ja. Ja, ich war nämlich ziemlich weit vom Mikrofon gerade entfernt, weil ich verarsche. Egal, mal schauen. So, lass mal gucken. Mal gucken, äh, haben wir nicht hier irgendwas vergessen? Nee, sieht nicht so aus. Ah doch, warte mal. Hier. Nee, na hier, ich kann ja mal die Karte aufmachen, eigentlich. So, aha, siehlein an, eine Truhe hätte mir fast wie gesehen. Übersehen, ne? Und gegen die Tour getreten. Sie war bei mir, ja. Okay, sehr gut. Das ist kaputt, das ist fast kaputt, einfach so, einfach so, ja, zah, geil. Siehst du, und da ist der Fall, der ist die Rette verschwendet, dann wiedergekommen. Wie geil. Ja, fast recht, okay. Provinz hat damit, so. Okay, haben wir noch was vergessen, Nina. Vielleicht da hinten, oh mein Gott. Da hinten, da hinten hab ich noch Fässer gesehen, da vorne rechts. Da hinten, aber da sind noch Rubine, glaube ich zumindest, ne? Also wenn da jetzt noch etwas wär, ne? Also die kommen ja sowieso nochmal, ne? Und so. Ja, aber ist doch cool. Musst du für dich entscheiden. Okay, äh, ja, ich glaub, wir sind hier für durch, ne? Ansonsten wollen wir noch Fässer. Oh, oh, mach mal was soll das, ouch. Scheiß drauf, wir gehen einfach hier weiter. Okay, keine Fässer. Zack. Was ist, wenn dir in den Fässern Wein ist oder Bier? Oh mein Gott, das wär ziemlich cool. Aber, oh mein Gott. Wo sind wir hier gelandet? Ich weiß es nicht, Alter. Okay. Oh mein Gott, so viel Wasser. Ja, du musst mir allgemein mal ein bisschen was über das Spiel erzählen. Ich kenn das dafür alles viel zu wenig sowas wie die Vorgeschichte zum Beispiel. Ja, ist kein Problem. Also folgendermaßen, ne? Also ich war ein ganz normaler Bauer hier. Und, ähm, ja, eines Tages, ne? Musste ich halt eben so, so ein Schwert, so zock! Und, warte mal, ich töte ihn mal kurz. Fangschluss, zock! So, doch, aha! Hast du das gesehen? Das war geil. So, okay, nee, folgendermaßen, ich musste, eines Tages musste ich halt so, ähm, den Schwert, also ein Schwert, das wir halt in unserem Bauernhof halt kreiert haben, ähm, musste ich dann halt im Heiro-Schloss überbringen, ähm, ja, doch, ähm, Epona, ne, muss natürlich geheilt werden von Ilja und, ähm, ja, die Sache ist die, ne? Genau in dem Moment, ähm, als ich dann zu Epona und zu Ilja dann gegangen bin, weil ich dachte, die wären dann fertig und so und weil die einfach mein Pferd geklaut hat, ne? Nein! Fang einfach, die haben dein Pferd geklaut! Ja! Warum haben die dein Pferd geklaut? Das ist eine Katastrophe, ne? Es ist so ein Pferd, warum haben die das geklaut? Ja! 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 Ja, es ist eine Katastrophe gewesen, weil, wo? Eine Katastrophe! Ah, dahin müssen wir, okay! Eine Katastrophe! Ja, da kam einfach Monster! Hat das was mit Katzen zu tun? Es war eine Katastrophe! Ja, nein, egal! Ja, jedenfalls, da kommt, ja, da kam halt einfach, ähm, so, was zum, ach, egal, weißt du was, wir gehen einfach hier runter, so. Da war ein Hebel! Ja, aber ich komme da gar nicht hoch, oder? Warte mal, ich kann ja mal gucken, vielleicht springe ich mal einfach. Ja, so. Und so! Oh! Du musst schon springen. Und, okay, ich glaube ich... Y, du musst Y drücken. Y, aber Y ist das. Zack! Na gut, es wird nicht springen. Okay, und wie springt man jetzt? Äh, man springt nur, wenn da eine, ähm, keine Plattform ist, weißt du? Wenn da einfach nur Luft weh, und man springt von alleine. So, erstmal gehen wir mal die Treppe hier runter. Ja, jedenfalls, äh... Das ist ein Hebel. Den können wir auch nicht betätigen. Voll fies. Autsch. Ja. Und, ähm, ja, jedenfalls kam da Monster, ne, voll die Verarsche und so, und dann bin ich natürlich hinterhergerannt, dann kam da irgendwie so eine Mauer, ne, also alle meine Abonnenten wissen natürlich, weil die das auch, äh, schon gesehen haben. Aber jedenfalls, ähm, dann ist, ähm, ja, da war halt so eine Schattenmauer, und, ähm, ich bin dann einfach da reingegangen, und was ist passiert? Man hat mich da reingezwungen, das war voll heftig, weil so von außen kam so eine richtig böse Magie und Energie, die einfach in deinem Körper hindurchgedrungen ist, und du wurdest so einfach zu einem Wolf verwandelt. So, zack, zack, und schnauze, Rufi, ich bin hier am Reden. So. Ja. Oh, ne Truhe, geil. Okay. Ja, und zack, was ist da drin? Oh, Pfeile, geil. Okay. Okay, also Pfeilmangel haben, werden wir auf jeden Fall nicht haben. Du bist schon mein Maximum, oder? Ja, ist auch gut, ne? So, dann gehen wir mal, ja, ich glaube, hier können wir springen, oder? Oder? Ja, hier können wir springen, hier ist keine Plattform. Also, let's go! Yeah! Zack. So, wow. Oh, okay. Jo. Es hat sich gedreht. Krass, ey. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, und, ähm, da wurde ich halt so... Was? Bist du jetzt schon fertig? Ja, also, hier bin ich schon mal fertig, ungefähr, ne? Jetzt gehen wir mal hier weiter. So, äh, oh, wie war das denn? Ich weiß nur, das war hier das reinste Labyrinth. Was willst du denn, Mann? Tschüss, tschüss, und zack. So. Und ich muss ja sagen, dass ich noch nie ein selber Spiel gespielt habe. Oh, und zack. Was? Okay, was soll denn? Na gut. Aber, ähm... Was ist das denn für eine? Das ist so ein ähnlichem wie halt irgend so ein Huhn, ähm, keine Ahnung. Kannst du das selber bezeichnen, wie du willst? Puh, endlich draußen. Wir nennen das die Tante. Okay, die Tante ist endlich draußen. Genau, puh, endlich draußen, yo. Ach, der nette junge Mann von neulich, schön dich zu sehen. Möchtest du mal reden? Ja, warum rede ich jetzt? Achso. Ich kann dich jetzt nicht unterbrechen, ich rede das nächste Tier. Du kannst ja aber volllesen. Nein, das musst du machen, weil du bist jetzt schon dabei. Ich mach beim nächsten Tier. Okay, wie du meinst. Ähm, reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Ja, zum, weiß, weiß ich, wievielten Mal, oh Gott. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit, alles klar. Ja, okay, du hast die Tante wieder getroffen, yay, okay. Ist das die Tante vom Spiel eingestellt, oder hast du dem vielleicht... Nö, das ist also, ähm, die Tante bringt uns jederzeit vom Dantchen hier raus, ne? So, äh, immer wenn wir wollen und da keinen Bock mehr haben auf den Dantchen, nehmen wir die Tante und die bringt uns einfach telepathisch raus, ne? Ansonsten geben sie, ja, ich weiß auch schon, was sie sich dabei gedacht haben, aber die heißt wohl eben... Hör mal, Rubin. Rubin, her damit, her damit, so, okay. Gut, ist hier noch was? Nee, okay. Vielleicht ist da noch ne Tante. Das wär was, okay. Hier kann ich springen, obwohl... Ja, ich glaub, wir springen mal hier. So. Ja! Okay. Und zack! So. Unlogisch, das hätte dich normalerweise getötet. Ja, gut, okay, aber... Bist jetzt fertig mit dem... Ja, äh, mal gucken. Ich muss mal nochmal erstmal gucken, ich muss erstmal mich orientieren, wie das nochmal hier war. Okay, das... Hier geht's nicht weiter. Das war ein Fässer. Ja, okay, was soll das? Anschlä... Oh! Okay, warte, Wirbelattacke! Moment, Moment! Und zack! So. Boah, das hast du nicht gemacht. Doch, das war krass, ne? Ja. So, weiter geht's. Zack, hier nach oben. So. Okay. Runter? Ja, jetzt hier runter, die Treppe runter. Hm, ich bin gut. So. So, dann gehen wir hier runter. Ach, drei Minuten. So. Dann, ja. Gehen wir hier rein. Ne? Zack. Und auf! So. Ah, ja. Sieh meine an. Okay. Oh nein. Schon wieder so ein Fisch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Okay. So, voll krass, ey. Wo ist das denn? So, da. Okay, soll es ruhig. Zack. So, Tür geöffnet. Schön. Dann, äh, ja. Gehen wir hier weiter. Äh, ach, komm mal. Hier geht's weiter. Aha, okay. Aha. Sieh mal einer. Da kann man doch hier so. Und zack! Oh, Moment. Etwas daneben. Da komm schon. Ich will das hier treffen. Moment. Zack! Alter. Du triffst das nicht. Okay, was soll denn? Was du tust? Du verschwendest deine Feinde. Ja, naja. Warte mal. Äh. Ah, da ist eine Truhe. Okay. Wir müssen irgendwie dorthin. Warte mal. Warte, 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 warte. Warte. So, hier ist nichts. Okay. So. Was ist hier unten? Okay. Ah, ja. Okay. Jetzt komm das. Ah, guck mal. Und zack! So. Dient es mir jetzt als Plattform. Dankeschön. So. Und dann können wir doch eigentlich hier. Zack! So. Okay, das ist jetzt hier. Aha. Dann müssen wir, okay. Warte mal, ich spür mal kurz runter. So. Und dann klären wir mal hier hoch. So. Jetzt hängt nicht seitlich nach oben. So. Oh, ja, 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 ja. So. Okay. So, okay. Dann geh ich hin. Zack. So. Dann hier so. Zack. Und hier so. Zack. So. Boah. Und aufgemacht. So. Was ist da drin? Ein kleiner Schlüssel. Yeah. Ich glaube, ich weiß nicht, ich muss wieder öffnen. Ja. Okay. Gut, ein Moment. So, zack. Wow. Okay, wir warten mal. Was so? Alter, kommt da einfach so mal wie so ein Vieh. So, zack. Und zack. So, okay. Äh, jetzt hier hoch, ne? Ja, oder? Wir sind irgendwie auf jeden Fall hier Wasser machen, damit wir irgendwie da hinkommen. Okay. Du weißt bestimmt, ob das geht, oder? So, dann, wow. Lass mich nur, lass mich nur, okay. Gut. Wasser, warte, warte, was ist das hier? Also, lass, was, so. Boah, verfies. Einfach so mal aus dem Nichts. Man, so. So, beide getötet. So, habt ihr. Kein Herz, natürlich. So, was solltet? Ähm, kann ich nicht hier irgendwie? Okay. Einfach mal hier hin, klettern wir mal hier so hoch. So, zack. Und zack. So, und hier hoch. So. Jetzt komm schon. So, und dann, oh mein Gott, ey. Alter Schwede. So. Okay. Gut. Immerhin hätten wir einen Schlüssel. Das ist sehr schön, Leute. Das heißt, wir gehen zurück, ne? Wir haben ja eine Schlüsseltür gesehen. So, lass mich nur, oh, oh. Oh, warte mal. Vielleicht hast du ja ein Herz, ne? So. So, stellen bleiben und zack. Wow, okay. Und zack. Alter. Na, warte. Dann einfach nur draufkiksen. So, warte. Wow, warte. So. Und zack. Das klappt irgendwie nicht. Zack, zack, zack. Wow. Warte. Der hat voll die... Moment, Moment, Moment. Du verarschst mich. Warte. Der darf mich nicht verarschen. Warte, alter. Warte. Das kommt schon. Oh, ich schaue schon. Okay, dieses kleine Film macht euch Stress. Okay, warte. So. Du musst doch einfach jetzt piksen. So, hat sich die Sache habe ich jetzt geschafft. Warte, jetzt hat der doch... Ja. Oh, halleluja. Ey, wenn das jetzt... Heilige Julia. Du sagst es. Okay. Oder wie wir Hyliander ist denn die heilige Hylianderin. Oder heilige Julia. So, okay. Ach, Moment mal. Guck mal. Hätten wir fast übersehen. Hier ist noch eine Truhe. So. Aufgemacht? Aufmachen. Aufmachen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Guck dir das an, was da drin ist. Ist ja geil. Das brauchen wir. Wir haben die Dungeon-Karte. Yeah. Geil. So, okay. Schön. Jetzt können wir uns wenigstens orientieren. So. Oh. Warte mal. Das ist nicht das, was ich wollte. Hier. Okay. Okay, wir sind jetzt hier. Dann lass mal hierchen gehen, ne? Und ja. Okay. Oder einfach eine Treppe hoch. Ach ja. Auf jeden Fall da, wo halt, ähm... Die Schlüsseltür war. So. Zack. Hier waren wir ja schon. Das war eine Falle. Ne? War da... Ich bin mir drauf. Wie? Da rein? Aber da war nichts. In die Falle. Da ist doch nichts, siehste. Von daher... Ja, wir müssen wieder zurück. Ja, aber... Ja, da muss... Wir müssen hier Wasser nämlich machen, damit das hier dann fließt. So. Okay, dann geh mal hier durch. Hier weiter. So. Okay. Wo warst du jetzt drin nur den Schlüssel? Ah, warte, da hinten. So. Okay. Hier, siehste. Das da. So, öffnen wir das mal. So. Und aufgemacht. So. Okay. Okay, das fiel kann ich mal. Das hat mich schon mal verarscht. Und das... Wow. Okay. Das war knapp. Aber du hast das gehört, Paul. Äh. Das hat gequietscht. Genau. So. Okay. Wie lange dauert das eigentlich so in Dungeon zu? Ach, äh. Wow. Wow. Warte mal. So. Äh, ziemlich lange eigentlich. Aber wenn man es drauf hat, dann dauert das nicht so lange. Wie lange bist du schon in diesen Dungeon unterwegs? Äh, wir sind gerade reingekommen. Mit anderen Worten. Ja, fuck bonnen. Geil. Okay, dann dauert das noch ein bisschen. Ja, das dauert sehr lange. Okay, Moment. So, zack. Das ist die Sache. Und du auch. So. So. Geil. Okay, hier können wir nicht durch. Deshalb lass uns dann hierchen klettern. So, zack. Äh. Oh mein Gott, ey. So. Warte, dieses Klettern, ne? Das dauert immer so lange, ne? Ja. Bei Skyward Sword haben die das wenigstens geändert. Und ich fand das so lustig, ne? Kennst du noch, Yannick? Ähm. Außer unserer... Ja. Klar kenn ich den noch. Genau. Der, Alter. Den, ähm, der war mal einmal bei mir und wir waren beim ersten Dungeon, glaube ich, irgendwie. Und das Lustige war, ähm, warte mal. So, zack. So. Geöffnet. Und, ähm, wir haben dann so, als ich dann so geklettert habe, habe ich dann so zu ihm gesagt, ja, was weißt du, was... Es wäre doch cool, wenn man so richtig, richtig schnell klettern würde, weißt du. Und dann kam irgendwann ein wenig später so das nächste Spiel raus. Wow. Ah, geil. Und dann kam das nächste Spiel raus, Skyward Sword. Und da haben die Entwickler das wirklich getan. Ha, voll verarscht. So, zack. So. Das sind kaputt. Wow. Nochmal. Und zack. Wow, Alter. Ja, ich bin draufgesprungen. Ja, warum springst du denn drauf? Ja, ich muss ihn doch irgendwie töten. Ja, aber dann springst du doch nicht auf ihn drauf. Moment. Zack. Warte. Warte. Zack, zack. Und schlitt. Okay, warte. Warte. Doch, ich schaff das. 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 Und zack, zack. Zack, zack und schlitt. So, der war gut. Okay. Oh, danke schön. So, okay, warte mal. Bevor wir hier hingehen, kann man auch noch, hier kann man doch auch noch reingehen, ne? Okay. So, wo sollen wir hin? Du entscheidest. Links oder rechts? Mir ist das egal. Geh einfach da geradeaus jetzt. Okay. Gut. Dann gehen wir hier hin. So. Okay. So, hier hin. Zack. Gehen wir es mal. So. Ach du meine Fresse. Was bist du schon für ein Vieh? Oh mein Gott. Voll in die Wasserblase, ist klar. Okay, warte mal. Das kann ich bestellen. Nur noch mal. Nur noch mal. Nur noch zwei noch Bogen. Ja, warte. Und schlitt das, Mann. Ah, sieh mal einen. So, und tschüss, Mann. Und tschüss, Mann. Und zack, zack. So. Geht doch. Ich finde es echt witzig, wie du beim Kämpfen immer so schreist. Dankeschön. Ja, muss sein, ne? Ja, manchmal. Ja, früher habe ich mal Hara und Zea und so gesagt, ne? Aber das ist jetzt auch, ne? Schon nichts vorbei. Toll, wir brauchen einen Schlüssel. So eine Verarsche. Egal, dann gehen wir zurück. Ah, warte mal. Hier geht es noch weiter. Geil. Okay, und das haben wir nicht lieber komplett zurück. Na doch, das ist schon noch. Ja, sicher. Aber wir kommen hier nicht wieder zurück, weil es gibt keine Möglichkeit. Ja, okay, dann sollten wir den Weg gehen, den du verpassen. Gut, wir gehen dann noch mal so zurück, ne? So, auf jeden Fall, wir brauchen einen Schlüssel, ne? Ja. Wie lange dauert bei dir immer so eine Folge? Äh, gut, dass du es ansprichst. Weil, lustigerweise, ist jetzt der Part auch vorbei. Ja. So, so abrupt? Ja, ungefähr 20 Minuten. Wir sind schon langsam so. Wir sind bei uns. Nähern wir uns. Ja, und von daher würde ich sagen, ne? Wir sehen uns im nächsten Part, Leute, ne? Und von daher, ne? Ähm, bis zum nächsten Part, ne? Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend, Mittag oder was auch immer. Tschüss. Ciao.